Wir stellen euch die Frankfurter Skyline vor und heute den Commerzbank Tower. Der Commerzbank Tower, der zählt schon zu den älteren Gebäuden in Frankfurt. Er wurde nämlich 1997 gebaut, aber er ist trotzdem noch das höchste Gebäude in Frankfurt und aktuell sogar das höchste Gebäude in der EU. Der Turm ist bis zur Antennenspitze fast 300 Meter. Bereits damals hat das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle gespielt. Kennzeichnen für den Commerzbank Tower sind die ganzen verglasten Wintergärten. Es sind nämlich diese nach innen versetzten Versprünge, die man hier über mir erkennen kann.